Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, wie du mit dem SQL Server Management Studio dich auf den SQL Server verbindest und was das SQL Server Management Studio im Allgemeinen genauer ist. Bevor wir starten können, bitte ich dich, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Wissenstransfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können und bedanke mich vorab sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Wie eingangs erwähnt, möchten wir uns im ersten Punkt ansehen, wie man sich auf einen SQL Server verbindet, um als nächstes zu besprechen, was das SQL Server Management Studio, diese Software, im Detail ist. Zu guter Letzt besprechen wir auch noch die unterschiedlichen Authentifizierungsmöglichkeiten. Beginnen wir nun mit der Verbindung zum SQL Server. Sehen wir uns das kurz allgemein an. Und zwar, wenn ich das SQL Server Management Studio, diese Software starte, dann erhalte ich zunächst ein Fenster, in dem ich drei Möglichkeiten zur Auswahl habe. Und zwar betrifft das den Servertyp, dann den Servernamen und die Authentifizierungsvariante. Beginnen wir mit dem Servertyp. Und zwar steht hier zur Auswahl die Database Engine. Darüber hinaus gibt es auch noch die Analysis Services, die Reporting Services oder auch Integration Services. Und diese Varianten werden wir auch gleich praktisch am SQL Server sehen. Als nächstes steht zur Auswahl der Servername. Bei der Angabe vom Servernamen muss die konkrete Adresse angegeben, auf dem sich der SQL Server befindet. Diese kann am lokalen Rechner liegen. Dann muss man für diese Adresse die IP-Adresse 127.0.0.1 angeben oder auch einfach mit Localhost. Es kann oder es wird sehr wahrscheinlich in einem betrieblichen Umfeld der SQL Server in einem Netzlaufwerk oder in einem dezidierten Server sich befinden und muss deshalb beim Datenbank-Administrator nachfragen, wo und unter welcher Adresse der SQL Server liegt. Zu guter Letzt gibt man noch an die Authentifizierungsmöglichkeit. Und zwar stehen hier folgende Optionen zur Verfügung, je nachdem mit welcher Variante der SQL Server installiert wurde. Wenn bei der Installation die Authentifizierung im gemischten Modus gewählt wurde, verfügt man sowohl über die Windows Authentifizierung als auch über die SQL Server Authentifizierung. Andernfalls kann man sich nur mit dem Windows Authentifizierung verbinden. Sehen wir uns das nun praktisch mit dem SQL Server Management Studio an. Und zwar habe ich nun das SQL Server Management Studio geöffnet und ich möchte mich nun auf den SQL Server verbinden. Dann erhalten wir wie vorhin gesehen dieses dieses Auswahlfenster und ich kann angeben, ob ich mich auf die Datenbank Engine verbinden möchte oder eben auf andere Datenpunkte. Als nächstes kann ich nun den Server Name angeben, in meinem Fall localhost. Ich könnte aber auch 127.0.01 angeben als IP-Adresse. Als nächstes die Authentifizierung. Hier kann ich auch zwischen Windows Authentifizierung oder SQL Server Authentifizierung schalten. Ich belasse es mit Windows Authentifizierung und kann dann mit Connect beziehungsweise verbinden mich auf die auf den SQL Server verbinden und habe dann die Auflistung aller verfügbaren Datenbanken vorhanden. Wie hier zu sehen habe ich die AdventureWorks Datenbank eingespielt und darin befinden sich nun viele Tabellen und auch andere Datenbank Objekte wie SQL Views, Funktionen, Store Procedures und viele andere. Wenn ich nun eine Tabelle ausführen möchte, kann ich das nun mit einem Rechtsklick durchführen und erhalte nun die entsprechenden Daten vom SQL Server. Als nächstes besprechen wir, was das SQL Server Management Studio in der Architektur genauer ist. Vereinfacht gesagt, ist das SQL Server Management Studio eine Software und zwar ein Client Tool. Mit diesem kann man sich dann auf den SQL Server verbinden. Eine wichtige Unterscheidung ist dabei, dass es sich bei dem SQL Server Management Studio nicht um den Server oder bzw. den SQL Server handelt. Normalerweise befindet sich der Datenbank Server, sprich der SQL Server auf einem dezidierten Computer und Entwickler verbinden sich über das SQL Server Management Studio, wie hier in dieser Grafik zu sehen, über das SQL Server Management Studio auf den SQL Server, der sich auf einen dezidierten Server befindet. Wie ihr seht, gibt es eine wichtige Unterscheidung zwischen dem SQL Server Management Studio, der Software, welche gratis zur Verfügung steht, und dem SQL Server, welche in der Entwicklung oder Express Variante zur Verfügung steht. Ich hoffe, ich konnte euch damit dieses Thema näher bringen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach ein Kommentar. Ich werde euch antworten und freue mich sehr, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid und wünsche euch bis dahin alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.